Hey Leute, ihr müsst mir helfen. Wer bist du und warum sollen wir dir helfen? Wer bist du und warum sollen wir dir helfen? Wir kennen dich nicht. Ich bin Mia. Eine Verrückte verfolgt mich. Schnell, wir müssen hier weg. Okay, wir gehen zu uns. Was ist passiert, Mia? Das ist eine lange Geschichte. Ich weiß nicht, ob wir hier sicher sind. Ich sollte gehen. Ich bringe euch in Gefahr. Macht ihr um uns keine Sorgen. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Da bin ich mir nicht sicher. Diese Frau ist wirklich bekloppt. Hier wird sie uns nicht finden. Das hoffe ich. Die Tür hat geklingelt. Hoffentlich ist das nicht die Bekloppte. Hoffentlich ist das nicht die Bekloppte. Ich würde an die Tür gehen. Bitte geh nicht, das ist gefährlich. Ich muss es tun. Ich hoffe, er überlebt. Was machst du hier, Tobias? Du hast etwas, das mir gehört. Was meinst du? Na, den Schatz, den du gefunden hast. Wir haben keinen Schatz gefunden. Wir haben keinen Schatz gefunden. Doch, den Schatz auf der Insel. Ach so, der. Der wurde uns schon geklaut. Du bist zu spät. Das glaube ich dir nicht. Dann frag Lisa. Wer bist du? Ich bin Mia. Und du? Ich bin Tobias. Was machst du hier? Ich will den Schatz von Lisa klauen. Ich will den Schatz von Lisa klauen. Hier gibt es nur Verrückte. Wo ist der Schatz, Lisa? Wir haben den Schatz nicht mehr. Er wurde uns geklaut. Wirklich? Das habe ich dir doch schon gesagt. Du bist blöd. Halt die Klappe. Was machst du überhaupt hier? Was machst du überhaupt hier? Ich verstecke mich. Vor wem? Vor einer Bekloppten. Aber du bist noch verrückter als sie. Geh mir jetzt nicht auf die Nerven. Lisa, wer hat den Schatz? Sein Name ist Thomas. Bring mich sofort zu ihm. Wo muss ich hinfahren? Thomas ist am Hafen. Ist der Schatz auch dort? Ist der Schatz auch dort? Ich denke schon. Wo ist dieser Thomas? Sein Schiff ist da hinten. Hat er eine Waffe? Schau selber nach. Schau selber nach. Ihr Kinder seid echt komisch. Folgt mir. Du hast gesagt, Thomas ist hier. Hör auf, mich anzulügen. Ich habe nicht gelogen. Sein Schiff ist da hinten. Sein Schiff ist da hinten. Das Boot ist gerade weggefahren. War das Thomas? Ja, das ist sein Boot. Wir müssen ihm hinterher. Wir müssen ihm hinterher. Ich muss gar nichts. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Na da, mit dem Boot dort. Ich will hier bleiben. Ihr seid noch viel schlimmer als die anderen. Du kommst mit mir. Es darf keine Zeugen geben. Wir haben ihn gleich. Du musst schneller fahren, du Blödmann. Wir schaffen es nicht. Thomas ist zu schnell. Und wir sind zu langsam. Oh Mann, ich werde den Schatz niemals bekommen. Ich werde den Schatz niemals bekommen. Ich habe eine Idee. Auf der Insel gibt es noch mehr Gold. Wir können dorthin fahren. Fahr einfach geradeaus. Da vorne ist die Insel. Wo ist der Schatz, Lisa? Wir müssen da hinten in eine Höhle. Wir müssen da hinten in eine Höhle. Wie lange brauchen wir da bis dahin? Nicht lange. Maximal fünf Minuten. Okay. Gehen wir los. Was soll das, Lisa? Was machen wir hier? Der Schatz ist hier in der Nähe. Wenn du mich reinlegst, gibt es Ärger. Wenn du mich reinlegst, gibt es Ärger. Wir sind gleich da. Sag mal, willst du mich veräppeln? Sag mal, willst du mich veräppeln? Hier ist doch kein Schatz. Doch, gleich da vorne. Ich habe es geschafft. Ich bin reich. Der Schatz gehört mir. Hier. Bist du jetzt zufrieden? Hier sind ein paar Säcke. Packt so viel ein, wie ihr könnt. Dann verschwinden wir von hier. Du bist immer noch blöd. Fahren wir jetzt endlich nach Hause? Ja, wir können los. Wisst ihr was? Ich habe heute gute Laune. Und ich habe meine Spendierhosen an. Das hier ist für euch. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. Das hoffe ich auch. Danke, dass ich mich bei euch verstecken durfte. Es war schön mit dir, Mia. Du kannst gerne öfter vorbeikommen. Du kannst gerne öfter vorbeikommen. Das mache ich auf jeden Fall. Nach so langer Zeit habe ich es endlich geschafft. Nie wieder arbeiten. Nie wieder früh aufstehen. Jetzt kann ich das Leben genießen. Jetzt kann ich das Leben genießen. War das etwa ein Wal? Das darf doch nicht wahr sein. Oh nein, wo ist mein Geld? Was hast du jetzt vor, Mia? Ich glaube, ich gehe wieder nach Hause. Meine Eltern vermissen mich bestimmt schon. Das tun sie bestimmt. Brauchst du noch Geld? Tobias hat uns etwas von dem Schatz geschenkt. Tobias hat uns etwas von dem Schatz geschenkt. Nein, das ist nicht nötig. Doch, nimm etwas mit. Ich bestehe darauf. Danke, Lisa. Du bist wirklich nett. Wir sollten Freundinnen sein. Das finde ich auch. Ich muss jetzt los. Bis bald. Ich muss zurück. Das Boot ist kaputt. Ich muss schwimmen. Tobias, was machst du wieder hier? Tobias, was machst du wieder hier? Ich dachte, du willst verschwinden. Ich hatte einen Unfall. Das ganze Geld ist weg. Ich will den Teil vom Schatz wieder. Welchen Teil meinst du? Na, den Teil, den ich dir gegeben habe. Na, den Teil, den ich dir gegeben habe. Den habe ich nicht mehr. Hast du ihn verloren oder was? Nein, ich habe ihn mir gegeben. Wo ist Mia jetzt? Keine Ahnung. Lass sie bloß in Ruhe. Ich werde sie finden. Das Geld gehört mir. Frage an euch. Wer versteckt sich? A. Thomas B. Tobias oder C. Mia Schreibt einen Kommentar und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.